Von der Firma Freewill gibt es jetzt ein kombiniertes Filtersystem mit Gegenlichtblende für Fujifilms X100 Serie. Freewill war so freundlich und hat mir das ganze mal zum testen zur Verfügung gestellt. Also lasst uns mal schauen wie das Ding aussieht. So machen wir das ganze mal auf. So, da ist das gute Stück aus Aluminium. Was mir sofort auffällt ist, dass der Freewill Schriftzug doch sehr dominant ist. Die Gegenlichtblende. So, wir haben hier einen kombinierten CPL Filter mit Mistfilter in der Stärke 1 Viertel. Hier der Objektivadapter. Der Hebel zum Regulieren des CPL Filters. Offiziell ist es kein Weather Resistant Kit, aber ich sehe hier ist ein Gummi dran. Also so ein bisschen wird das wohl was vertragen. Wir schrauben es mal auf die Kamera. Ich habe hier die Variante für meine Fujifilm X106 und wir können gleich mal testen, ob der Originaldeckel auf die Gegenlichtblende passt und er passt leider nicht. Okay, wir können hier noch die Gegenlichtblende ausrichten. Wir können ja auch noch weiter drehen. Irgendwann macht der Stopp, aber er bleibt in der Position, so dass die Gegenlichtblende nicht abfallen kann. Das Set ist jetzt im Onlineshop von Freewill für 70 Euro erhältlich. Einen Link dazu findet ihr in meiner Videobeschreibung. Jetzt schauen wir mal, was das Ding so in der Praxis kann. Ich bin ich in der N pensarab, was das Ding so in der Rakka ist, aber ich sch McFern. Ich bin ein Wohlen des CPL Films, aber ich scharbe mir mit dem Mottover Show. Oh, 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 oh. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018